Drei, zwei, zwei, eins, los! Du da im Radio, wie geht's dir denn heute Morgen? Du da im Radio, wie war denn deine Nacht? Du da vorm Radio, auch ich hab meine Sorgen. Du da vorm Radio, ich bin schlecht aufgewacht. Du da im Radio, du musst ja ziemlich klein sein. Du da im Radio, wie passt du denn da rein? Du da vorm Radio, und du musst wohl allein sein. Du da vorm Radio, wem fällt sonst sowas ein? Ich hab da ne Idee, damit ich dich mal seh, hol ich den Schraubenzieher raus und schraub den Kasten auf. Du da vorm Radio, das lass mal lieber bleiben. Du da vorm Radio, das kann gefährlich sein. Du da im Radio, dann wird's nix mit uns beiden. Denn du da im Radio, das finde ich gemein. Ich hab da ne Idee, damit ich dich mal seh, schick mir ein Bild von dir und du kriegst ein Bild von mir. Hey, du da vorm Radio, gehst du denn schon zur Schule? Du da vorm Radio, dann wird's jetzt ziemlich knapp. Du da im Radio, ich muss zum Kindergarten. Du da im Radio, ich schalt dich jetzt mal ab. Tschüss!